Freie Energie. Ich zeige dir den Beweis, dass freie Energie wirklich gibt. Ich bilde einen Stromkreis mit vier Batterien und die Euromünze versetzt sich so in Schwingungen, dass sie aufsteht und tanzt. Freie Energie. Ich beweise dir in meinem Versuchsaufbau, dass es wirklich freie Energie gibt und nicht nur auf dem Papier. Was benötigen wir dazu? Ganz einfach. Vier Gabeln aus Metall, wie in meinem Aufbau. Vier Batterien und wichtig, die Polausrichtung Minus muss zu den Gabeln zeigen, damit die Spannung sich später aufbauen kann durch den Kreislauf und die freie Energie sich freisetzt, damit diese 2 Euro Senze später tanzen beginnt. Allein durch die freie Energie hier im Mittelpunkt. Wie das geht, bleibt dran. Ich zeige es dir. Vier Batterien, Pluspol nach oben, vier Gabeln aus Metall und diese Euromünze in der Mitte wird später durch die Schwingungen und durch die freie Energie tanzen beginnen. Durch die exakte Polausrichtung von Plus und Minus werden wir gleich zusammen sehen, dass es freie Energie gibt. Wichtig, Minuspol nach unten und die Gabeln aufeinander legen und aus Metall müssen sie sein, damit sie gut leiten. Wichtig ist jetzt, den Kreislauf hier zu schließen und sobald diese Batterie hier ebenfalls in das vierte Eck gesetzt wird, beginnt die freie Energie sich zu entfalten. Stopp, ab jetzt kommt mein Versuchsaufbau. Stopp, ab jetzt kommt mein Versuchsaufbau. Vielen Dank.